Hallo! Willkommen zu SuperNUD! Ich heiße Lukovias! Und ich heiße Sifir. Wir beginnen unsere Geschichte heute mit dem Mann, der Berend wohnt. Stripwinde von Kanada. Das war's. Trümer mit dem Wetter. Trümer? Doch, Lukovias! Es ist noch Sonny! Oh, doch bitte! So, es ist noch Sonny. So... Safira! Es tut mir leid. Ich bin dran. Heute ist das Wetter schön, sonnig. Der Himmel sieht heute aus. Alles ist schön. Die Sonne schneit. 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 Wie bitte? Schneit? Schneit! Äh, Schneit! Meinst du? Schneit! Und die Tapeitsche liegt bei 28 Grad. Das ist schier toll, ja? In Minnesota das Wetter Wunderbar! Wunderbar! Das ist sehr gut, Amelias. Sehr gut! Äh, und die Sonnenaufgang... ...findet... ...um... ...seichs Uhr start! Und die Sonnenaufgang findet... ...um... ...20 Uhr start! Ich hoffe, es gibt keine Wagen! Regen! 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 ...es Wetter für morgen! Morgen ist das Wetter regnet. Es regnet... ...SAND! Die Temperatur liegt bei... ...negade Wetter... ...gare und... ...der Himmel sieht... ...brückig aus... ...und es gibt keinen Wind. ...der Sonnenaufgang... ...findet... ...um... ...um... ...äh... ...8 Uhr statt! ...und der Sonnenuntergang findet... ...um... ...8... ...6 Uhr statt! Das ist der Hammer! Und der Hammer ist sehr verrückt! Ohne hin! Die Woche sieht wunderbar aus! Wunderbar! Übermorgen... ...der Himmel... ...is heiter... ...und der Niederschlag... ...is schwul! Über... ...über... ...morgen... ...der Himmel... ...is heiter... ...nach einmal... ...und... ...der Niederschlag... ...is... ...trocken! ...dezember! ... ... ... ...